Eine Woche ist es her, dass die größte Rakete der Geschichte ihren Starttisch verlassen hat. Wiederverwendbare Raketen will SpaceX, aber aktuell wäre ein wiederverwendbarer Starttisch ja auch ganz nett. Ja, wer den Schaden hat, der muss sich um den Spott bekanntlich nicht bemühen. Und auch die Fluglizenz der FAA, der amerikanischen Flugaufsichtsbehörde, die ist ja erstmal weg. Das ordnen wir natürlich ein. Und auch bei SpaceX geht jetzt die große Analyse los. Das alles wird das Programm mit Sicherheit richtig nach vorne bringen und durch diese Daten und die Schadensanalyse wird man die Entwicklung von der ganzen Rakete auf ein ganz neues Level bringen. SpaceX hat natürlich bessere Daten als wir, aber auch für uns wird immer klarer ersichtlich, was da eigentlich bei diesem Flug passiert ist. Meine spannendsten Beobachtungen zum Abbrandverhalten und auch ein kleines Detail, das vermutlich den gesamten Ausgang des Fluges hätte verändern können, das besprechen wir heute. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dem größten Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. Am 20. April 2023 um 15.33 Uhr MESZ hob das erste vollintegrierte Starship von SpaceX von der Startrampe ab. Der Flug verlief bekanntlich nicht wie geplant, da mehrere Triebwerke während des Fluges ausfielen und die Rakete an Höhe verlor und taumelte. Dann wurde das Flugabbruchsystem FTS aktiviert und Booster und Chip wurden so gezielt gesprengt. Trotz des Abbruchs wertet SpaceX ja den Testflug als Erfolg, da die Rakete über 39 Kilometer über den Golf von Mexiko aufgestiegen ist, der höchste Aufstieg aller bisheriger Starship-Flüge. Als Ziel hatte man zuvor ausgegeben, dass die Rakete das Pad verlassen soll. Der Flug ging deutlich weiter und damit hat man eine Menge an Daten zum Verhalten der Rakete und der Hardware. SpaceX hat hier eine andere Entwicklungsphilosophie als vielleicht die NASA bei ihren Raketen. Hier wird oft der Vergleich gezwungen zur Softwareentwicklung. Also bei SpaceX schnell Prototypen bauen und testen, schnell Fehler machen und so Sackgassen identifizieren und schnell verbesserte Prototypen testen. Nichtsdestotrotz hat die amerikanische Flugaufsichtsbehörde FAA nun die Starterlaubnis für das Starship wieder kassiert. Ein logischer Schritt und nicht unerwartet. Es ist typisch, dass nach Fehlstarts von Raketen erstmal ein abschließender Untersuchungsbericht abgewartet wird, bevor Raketen wieder erneut starten dürfen. Hinzu kommt, dass die von SpaceX im Umweltgutachten genannten Einflüsse eines Starts offensichtlich massiv unterschätzt wurden und so wird es mit Sicherheit ein neues Gutachten erfordern. Trotzdem, der Testflug ist für das Starship-Programm auf jeden Fall ein wichtiger Meilenstein und für den nächsten Flug des Starships oder des Starship-Systems darf natürlich deutlich mehr erwartet werden, als das, was Sie jetzt gerade gesehen haben. Weitere neue Bilder zeigen, dass die Schäden an der Startinfrastruktur immens sind und ich denke, die Ankündigung, dass wir in den nächsten Monaten einen erneuten Startversuch sehen werden, ja, die können wir getrost ignorieren. Sollte das Starship jedoch noch in diesem Jahr erneut starten, dann würde ich das schon als bemerkenswerte Leistung bewerten. Apropos bewerten, wenn dir das Video bis hier schon gefallen hat, dann lass dem Video gerne ein Like da und wenn du weitere spannende Entwicklungen in der Raumfahrt nicht länger verpassen möchtest, genau, unbedingt senkrecht Startabonnieren. Ein Hauptziel, das SpaceX genannt hatte, ja, das Starship soll nicht die Startanlagen in die Luft sprengen. Dem jetzt bekannten Schadensbild nachzuurteilen hat man dieses Ziel eigentlich nicht so ganz erreicht, auch wenn das Starship mit seinen 4600 Tonnen Treibstoff nicht auf der Startrampe explodiert ist. Und hier eine Korrektur, ich habe im letzten Video einen Fehler gemacht. Das Sprengpotenzial der Rakete ist natürlich nicht 20 Kilotonnen TNT, sondern je nach Grad der Durchmischung eher maximal 4 Kilotonnen TNT. Immer noch eine beeindruckende Zahl. Dieses Thema ist nicht so ganz einfach. Faktoren, die da mit reinspielen, Methan hat eine deutlich höhere Energiedichte zwar als TNT, aber eine geringe Sprengwirkung von etwa nur 30 Prozent im Vergleich zur TNT. Außerdem spielt die Durchmischung von Methan und Sauerstoff eine große Rolle. Ja, und zu dem Thema, da hat Markus Hausen ein sehr, sehr gutes englisches Video gemacht. Das verlinke ich euch unter dem Video. Wenn ihr euch eine Technik-Episode wünscht zum Sprengpotenzial vom Starship, dann schreibt mir gerne in den Kommentaren. Nach meiner Analyse vom Samstag sind noch ein paar Dinge aufgefallen. So gibt es mittlerweile Tabellen, die zeigen, dass die verbauten Raptoren an Booster 7 tatsächlich alle relativ alt waren. Aber auch wenn wir auf die Geschichte des Booster 7 schauen, dann fallen uns da ja Dinge auf. Wir erinnern uns vielleicht, das war genau der Booster, dessen Downkammer ja bei einem Test implodiert ist und der dann getauscht werden musste. Außerdem war Booster 7 der Booster, bei dessen Spin-Prime-Test der Turbopumpen ja eine ungeplante Explosion stattfand. Dabei haben wir noch nicht davon gesprochen, dass das Ding ja in direkter Nähe zum Strand seit Monaten der Salzluft und dem Wetter ausgesetzt war. Also schon ganz schön extreme Bedingungen. Bevor wir zu den neuesten Erkenntnissen des Starship-Fluges kommen, ein großes Dankeschön geht wie immer an die Schutzengel, die Senkrechtstarter durch ihre regelmäßigen Spendenmonitär unterstützen. Raumfahrt ist im deutschsprachigen Raum ein absolutes Nischenthema und damit lässt sich aktuell nicht wirklich Geld verdienen. Wenn auch du Senkrechtstarter dabei unterstützen möchtest, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern, findest du unter dem Video einen Link zur YouTube-Kanal-Mitgliedschaft oder dem Senkrechtstarter-Patreon. Aber ich freue mich natürlich auch sehr über alle super Thanks oder super Chats unter den Videos. Aktuell versuchen wir ja für Senkrechtstarter eine Reise nach Boca Chica zu finanzieren. Vielen, vielen Dank an alle Unterstützer. Ohne euch würde es Senkrechtstarter nicht mehr geben. Als kleines Dankeschön bekommt ihr ja alle meine Videos vorab und ohne Werbung. Ihr habt wirklich aktiv mit den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern. Hashtag Team Space. Anhand der vielen Aufnahmen, die es mittlerweile gibt, fällt recht schnell auf, das Abgas hat nicht die richtige Farbe für eine Methanflamme und hat definitiv zu viel gerust. Die Begründung könnte hier die Art der Schubwäckersteuerung liefern. Ich hatte im letzten Video bereits gesagt, während des Fluges fielen mehrere Triebwerke aus. Einige dieser Ausfälle erfolgten zeitgleich mit Explosionen in der Triebwerksektion. Eine dieser Explosionen hat sich, wie mittlerweile inoffiziell bestätigt wurde, in einer Abdeckung für eines der beiden Hydraulikaggregate abgespielt. Die bei diesem Test verwendeten Raptoren hatten noch die alte hydraulische Schubwäckersteuerung. Bei dem SpaceX Merlin-Triebwerk von den Falcon-Raketen, also Falcon 1, Falcon 9 und Falcon Heavy, wird der Hydraulikdruck durch die RP-1-Treibstoffpumpe generiert. Und auch die Hydraulikzylinder werden mit dem RP-1 bewegt. Das ist beim Raptor mit dem treibstoffflüssigen Methan nicht zielführend. Der Verdacht liegt nahe, dass für die Hydraulikschubwäckersteuerung bei den während dieses Starts verwendeten Raptoren auf ein brennbares Hydrauliköl zurückgegriffen wurde, das dem RP-1 sehr ähnlich ist. Das hätte die Vorteile gehabt, dass man die gleichen Schläuche, Dichtungen und Ventile wie bei Falcon hätte verwenden können. In der Luftfahrt setzt man hier auf das nicht brennbare Hydrauliköl Sky-Drol, das für den Feuerschutz mit Sicherheit eine Verbesserung darstellt, aber sehr aggressiv ist und spezielle Dichtungen und besondere Sicherheitsvorkehrungen beim Handling erfordert. Und da man ja eh auf die elektrische Schubvektorsteuerung umsteigt, der nächste flugbereite Booster 9 hat ja bereits die elektrische Schubvektorsteuerung, scheint es durchaus plausibel, dass man auf das brennbare, aber in der Falcon eingesetzte, zuverlässigere System gesetzt hat. Naja, und da der mitgeführte Sauerstoff ja zum Verbrennen des Methans verwendet wurde, musste das verbrennende Hydrauliköl seinen Sauerstoff aus der Umgebungsluft beziehen. Das erklärt dann die unsaubere Verbrennung und das Rusen ebenso wie die sehr, sehr lange Abgasfahne mit zwei bis drei Raketenlängen. Mittlerweile gibt es auch erste Analysen der Beschleunigung und der Drehrate des Starships. Für Außenstehende sah dies vielleicht nach einem in die Höhe kriechen und zu wenig Leistung aus. Aber bitte nicht vergessen, die Rakete wird im Flug immer leichter. Schon jetzt ist absehbar, dass die Leistungswerte, die sich SpaceX für die Starship-Rakete vorgenommen hat, sehr, sehr gut erreicht werden können. Wiederverwendung klar ist nochmal ein eigenes Thema. Jedoch das reine Raketensystem mit enormer Nutzlast hat sich meiner Meinung nach schon bewährt, beziehungsweise ist absehbar, dass da ein Start auch funktionieren wird. Fehler ausbessern, klar, aber es war schon ein gewaltiger Sprung für SpaceX. Weiter, die Beschleunigung war beim Trudeln gar nicht so groß. Mit zwei bis drei G, also zwei bis dreifacher Erdbeschleunigung, etwa so hoch wie auch das, was man Menschen bei einem Flug in den Orbit zumutet. Und dass die Edelstahlstruktur des Starships grundsätzlich witzigen Flugmanövern trotzen kann, ja, das wissen wir ja eigentlich schon seit den Höhenflugtests der Oberstufen. Da haben wir nämlich mit dem Bauchklatscherflug, also dem Bellyflop und mit dem Flipmanöver vor der Landung schon spannende Flugmanöver gesehen. Für die Gesamtrakete natürlich nicht ganz unkritisch bei diesem Trudeln. Das Starship war ja noch voll betankt, während der Booster ja bereits schon relativ leer war. Was dann beim Trudeln um alle Achsen und bei den Querkräften durch den Wind plus Beschleunigung dann letztendlich ja auch zum Auseinanderbrechen geführt haben dürfte, bevor dann das Flugabbruchsystem ausgelöst wurde. Aber genau das, das bringt uns zu einer anderen interessanten Beobachtung. Wenn die Starship-Oberstufe voll getankt war, aber keine Nutzlast hatte, sollte sie bei einem Leergewicht von 120 Tonnen potenziell 8,3 Kilometer pro Sekunde Delta V gehabt haben. Das hätte dann gereicht, um noch den geplanten Orbit zu erreichen. Das ist doch eine spannende Feststellung. Zur Erinnerung, die Orbitalgeschwindigkeit für einen niedrigen Erdorbit sind 7,8 Kilometer pro Sekunde. Wenn du noch nicht weißt, was Delta V ist, grob vereinfacht so etwas wie die Reichweite beim Auto. Mein Video über Delta V verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Ja, aber da durch den Luftwiderstand und die Gravitationsverluste beim Start mehr Energie aufgewendet werden muss als die 7,8 Kilometer pro Sekunde, sagt man grob, wird für einen Orbitalstart von Meereshöhe je nach Rakete in einem niedrigen Erdorbit etwa 9 Kilometer pro Sekunde Delta V benötigt. Beim Drehen des Starships oder diese erste Drehbewegung hatte die Rakete 30 Kilometer Höhe. Von dort wären es nur noch 7,8 Kilometer pro Sekunde gewesen. Davon abgezogen die 0,6 Kilometer pro Sekunde, die der Booster bereits in die Rakete gepumpt hat und den Anteil, die die Erdrotation mit 0,4 Kilometer pro Sekunde uns schenkt. Und wir sind schon bei 6,8 Kilometer pro Sekunde. Das Starship hätte in der Höhe dann fast keine weiteren Verluste durch den Luftwiderstand, aber natürlich noch Gravitationsverluste von grob etwa 0,7 Kilometer pro Sekunde. Trotzdem mit 7,5 Kilometer pro Sekunde, also weit in dem Bereich, was potenziell mit dem Treibstoff und den Raptoren möglich gewesen wäre. Das wusste mit Sicherheit auch SpaceX. Ich würde mutmaßen, dass man ein Programm vorgesehen hatte, das ab dem Punkt, wo die Rakete bereits schnell genug ist, ein Abort-to-Orbit durchführen zu können, dass man das dann auch durchgeführt hätte. Allein schon, um auch möglichst viele Daten für den Flug der Starship-Oberstufe sammeln zu können. Und das bringt mich zu einer anderen Annahme. Ich gehe eigentlich davon aus, dass spätestens ab dem Punkt von dieser Drehung irgendwas massiv schiefgegangen sein muss. Entweder die Stufentrennung nicht ausgelöst hat und oder generell die Steuerung der Rakete nicht mehr funktioniert hat. Sollte ein weiteres Hydraulikaggregat ausgefallen sein und nur die Schubvektorsteuerung komplett ausgefallen sein, hätte ich erwartet, dass man die Triebwerke abgestellt hätte und die Stufentrennung dann erfolgt wäre. Reine Spekulation alles meinerseits, aber das macht es ja auch irgendwie spannend und interessant, da mitzufiebern. Was meinst du denn? Ist das plausibel? Oder was sind deine Ideen zum Versagen des Starships? Schreib mir doch gern unter dem Video. Das war mein Nachtrag zur Analyse des ersten vollintegrierten Starship-Startes. Ich hoffe, dir hat es wieder gefallen. Dann like nicht vergessen. Wenn du neu hier bist und weitere Neuigkeiten aus der Raumfahrt nicht länger verpassen möchtest, dann gerne hier abonnieren. Neben den Senkrechtstarter-Raumfahrt-News am Sonntag gibt es ja immer mittwochs die Senkrechtstarter-Technik-Episoden. Dazu spannende Livestreams, Talks mit Wissenschaftlern und Ingenieuren und Fabrikbesuche. Hier findest du zum Beispiel ein Video, das dich interessieren könnte. Ich kann es kaum erwarten, dass wir die nächsten großen Sprünge da draußen unternehmen. Unser persönlicher Apollo-Moment. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mau. Dein Mau.